Mein nächster Gast ist ein rhetorisches Wunderwerk, eine Pointenschleuder in einem rasanten Tempo. Er hat schon tolle Preise gewonnen, unter anderem den Kabarettpreis Prix Pantheon in Bonn. Und letztes Jahr gewann er den ZDF Comedy-Wettbewerb Comedy Champ. Da gewann er einen Tourbus. Jetzt hofft er, dass ihm irgendjemand auch noch einen Führerschein schenkt, weil auf Deutschlandstraßen doch extrem viele Gurkenlaster unterwegs sind. Er ist, wie gesagt, ein Abfeuermeister ohne Ende. Er ist früher aus Köln, jetzt wohnt er in Berlin, meine Damen und Herren, Gregor Mönter. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Aber ich möchte, bevor ich richtig loslege, erstmal mit ein paar Vorurteilen aufräumen. Ich glaube, dass in den Köpfen vieler Zuschauer immer noch von schwulen Mitmenschen das Klischee vorherrscht. Und, naja, effeminierter Gestus, Körperkult, Modeterror, FDP, äh, CSD, Entschuldigung, das verwechsel ich immer. Ähm, und das ist absolut nicht wahr. Schwule Identität macht sehr viel mehr aus, äh, wie zum Beispiel, ja. Wir können, wir können, äh, schwule Musik hören jetzt, ja. Also es gibt Sampler, da ist vorne dann so ein nackter Mann drauf abgebildet. Es gibt schwule Bügelbretter, da ist ein nackter Mann drauf abgebildet. Es gibt Uhren und so weiter. Es gibt, äh, Parfümflakons als nackte Männer von, ähm, Jan-Paul Gaultier. Es gibt, äh, Unterwäsche, äh, von Yves Saint Laurent. Es ist einfach nicht zu fassen. Und jetzt auch eine schwule Schwerpunktsendung. Dankeschön. Und keine schwule Schwerpunktsendung ohne eine lustige Travestie-Einlage. Playback ab. So, das reicht. Sie werden das für oberflächlich halten, ich, äh, auch. Und es ist so, dass ich mich in meinem Beruf natürlich nebenbei auch sozial engagiere. Das ist völlig klar. Ich spiele gerne meine Geschichten für Kinder in Krankenhäusern, natürlich Kinder-Playbacks. Sie können sich vorstellen, dass mir das besonders viel Spaß macht, weil, äh, naja, ein Kind, das ans Bett gefesselt ist, das, äh, kann mir nicht so schnell davonlaufen. Und, ähm, hier nun ein kleiner Ausschnitt für Sie. Ich spiele für Sie Penny, das Waisenkind aus dem Disney-Film Bernhard und Bianca. Was ist los, Penny-Mädchen? Ach, nichts. Du, äh, du wirst doch von mir keine Geheimnisse haben. Vertrau dich dem alten Hoffuß nahe. Ach, heute war doch Adoptionstag im Waisenhaus. Na und? Was ist passiert? Ein Herr und eine Dame haben mich lange angesehen, dann aber ein anderes Kind mitgenommen. Hm. Das war auch viel hübscher als ich. Hm. So was gibt's doch gar nicht. Jetzt, Schätzchen, jetzt hör mir mal zu. Du bist doch ganz etwas Besonderes. Nein, bin ich nicht. Pass auf, eines Tages werden ein Papa und eine Mama zum Waisenhaus kommen und nach einem hübschen kleinen Mädchen, wie du es bist, suchen. Ehrlich? Darauf verwende ich meinen Schnurrwacken. Aber du musst auch daran glauben. Ganz fest daran glauben. Siehst du da das Vögelchen? Aber natürlich. Sehr schön. Glaube ist wie ein Vogel, den man von Weitem sieht. Auch den Abendstern kannst du in der Ferne sehen. Aber du kannst ihn nicht anfassen oder kaufen. Und trotzdem ist er da und lässt alles gut werden. Ich möchte ihn aber anfassen. Oder kaufen. Wenn ich ihn hätte, wüsste ich wenigstens, dass alles gut wird. Wer mich adoptiert, muss Teddy auch adoptieren. Oh, Sie werden ihm lieber. Aber er darf nur nicht zu viel essen. Oh je, weil er hätten mir das Abendessen versäumt. Hm. Dankeschön. Irgendwann habe ich dann natürlich auf Erwachsenenrollen gewechselt und ich möchte Ihnen nun den Filmausschnitt vorspielen, der mir im Sinne der Emanzipation der Frau eigentlich am meisten Spaß macht. Eine Frau sagt einem Mann, wo es wirklich lang geht. Wir befinden uns in einem Restaurant. Viel Spaß. Und danach steigst du einfach aus dem Bett und gehst. Klar. Irgendwas musst du ihnen doch sagen. Dass ich ganz früh zu einer Besprechung muss, zum Friseur oder zum Squash. Du spielst mit Squash. Das wissen die doch nicht. Die kennen sie doch auch. Das ist ja ekelhaft. Was regst du dich so auf? Dich betrifft es überhaupt nicht. Sicher tut es das. Du bist ein lebendiger Affront gegen alle Frauen und ich bin eine Frau. Das klingt vielleicht eitel, aber bis jetzt hat sich keine beschwert. Wie denn auch, wenn du so schnell verschwinden bist? Ich glaube, sie hatten alle ihren Spaß. Wie willst du das wissen? Soll das heißen, dass sie ihr den Orgasmus vorspielt? Das wäre doch möglich. Die meisten Frauen haben es irgendwann schon mal vorgetäuscht. Das hat bei mir noch keine gemacht. Woher willst du das wissen? Ich weiß es eben. Alles in Ordnung? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ja, so ist das gut. Oh Gott. Oh Gott. Ja, 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 ja. Oh! Oh! Oh!